Gelebt, erlebt, überlebt von Gertrude Pressburger, aufgezeichnet von Marlene Greuhofer. Es lesen Elisabeth Ort und Marlene Greuhofer. Es gibt Nächte, in denen fällt es mir schwer, einzuschlafen. Ich glaube, das passiert, weil ich tagsüber nicht ausgelastet bin, denn früher habe ich das nicht gehabt. Dann lege ich mich um elf Uhr abends ins Bett und schlafe um eins immer noch nicht, werde um drei Uhr wieder munter und liege bis vier wach. Meiner Cousine geht es ähnlich. Sie steht dann auf und fängt an, die Fenster zu putzen. Mich macht es nicht nervös, wenn ich nicht schlafen kann. Ich bleibe liegen und döse, gebe meinem Körper die Möglichkeit, sich auch ohne Schlaf zu erholen. Und das Liegen beruhigt meine Kreuzschmerzen. Manchmal, wenn ich so daliege, teste ich mich selbst. Belanglose Worte fallen mir ein und ich versuche, sie in andere Sprachen zu übersetzen. Wie heißt Kind auf Kroatisch? Wie weit kann ich auf Schwedisch noch zählen? Wie weit auf Italienisch? In wie vielen Sprachen kann ich Ich-Liebe-Dich sagen? Das probiere ich aus, mit geschlossenen Augen, während ich in die Finsternis hineinhorche und darauf warte, dass der Schlaf zurückkommt. Früher hat uns mein Vater auf die Idee zu solchen Spielereien gebracht. Heute haben die Kinder Spielsachen. Wir hatten Wörterketten und Stadt-Land-Fluss. Und dann, plötzlich, taucht in der Nacht noch anderes auf. Szenen von früher zögern den Schlaf hinaus. Szenen, von denen ich oft gar nicht weiß, dass ich sie noch weiß. Auf einmal sind sie da. Glasklar. Gerti, du wäschst das Geschirr ab. Heinzi, du übernimmst das Abtrocknen, sagt meine Mama. Wir stehen mit ihr in der Küche, ich und mein um drei Jahre jüngerer Bruder. Dann gehen die Eltern. Und wir bleiben allein daheim. Mein Bruder will die Aufgaben tauschen. Es passt ihm nicht, dass er abtrocknen soll. Ich will abwaschen. Nein, sage ich, du planschst da nicht im Wasser herum. Ich kremple meine Ärmel hoch, hebe den Kessel mit dem heißen Wasser vom Haken über dem offenen Kamin und stelle ihn in die Abwasch aus grauem Beton. Einen Teller nach dem anderen tauche ich ins warme Wasser und schrube ihn mit einem Fetzen ab. Sorgfältig staple ich die Teller anschließend neben dem Becken übereinander. Beeil dich ein bisschen, sage ich zu meinem Bruder, der immer noch neben mir steht und schaut. Nur wenn ich mit dem Teller anfangen kann, den du als erstes abgewaschen hast, sagt Heinzi. Ich erkläre ihm, dass das nicht geht, weil der Erste jetzt ganz unten liegt und er den Obersten zuerst abwischen muss. Da zieht er zornig den Untersten hervor, worauf die Teller umkippen, herunterfallen und alle auf einmal am Küchenboden zerbrechen. Schimpfe kriege natürlich ich, als die Eltern später heimkommen, schließlich bin ich die Ältere, die vernünftig hätte sein müssen. Da sehe ich meinen Bruder vor mir, wie er auf einmal ganz entsetzt ist über sich selbst und wie leid ihm die Sache tut, dass ihm das passieren hat können. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Er weint sowieso sehr schnell. Und jetzt rinnen dicke Tränen seine Wangen herunter, als er kommt, um sich bei mir zu entschuldigen. Sei mir nicht bös, bitte. Ich wollte dir nicht schaden. So liege ich in meinem Bett und denke an meine Familie. Ganz für mich allein. Wie ich es immer mache, seit über 70 Jahren. Meist fallen mir lustige Situationen ein oder Momente inniger Gefühle. Oft überlege ich, wie meine Brüder heute aussehen könnten. Ich kann sie mir einfach nicht als alte Männer vorstellen. Es knackst, irgendwo in der Dunkelheit meines Schlafzimmers. Vielleicht sind es die in die Jahre gekommenen Hausmauern oder die Bretter im Kleiderkasten. Nichts, was mich stören würde. Da ist meine Mutter mit Migräne in einem Hotel in Genua und ein zaubernder Immigrant, der sie vom Kopfweh befreit. Mein mittlerer Bruder mit einem riesigen Sonnenbrand beim Fischen am Gardasee. Mein Vater, der Obstknödel kocht, die hart sind wie Stein. Der Kleine bei mir unter der Tuchwind, obwohl ich Scharlach habe. Nicht mehr lang, dann fängt es draußen an zu dämmern. Gerade will ich den Schlaf gar nicht zurück. Gerade lasse ich meine Gedanken zu und genieße, dass ich noch so tief dabei empfinden kann. Wenn ich mich umdrehe, kann ich von meinem Sessel aus durchs Fenster in den Innenhof sehen. Ein paar junge Bäume stehen auf einer Rasenfläche, die zu dieser Jahreszeit graubraun statt grün ist. Daneben verläuft ein schmaler, gepflasterter Weg. Letztens hat dort ein kleines Kind mit seiner Mutter die ersten Schritte geübt, sagt Frau Pressburger. Ich bin am Fenster gestanden und wir haben einander zugewinkt. Sie lacht. Von ihrem Platz aus hat sie den Gartenbereich direkt im Blick. Wir sitzen uns gegenüber an einem Tisch in ihrer Wiener Wohnung. Es ist ein Wintertag zu Jahresbeginn und das digitale schwarze Kästchen neben mir im Regal zeigt kurz nach 11 Uhr. Früher geht's bei mir nicht, hat mir Frau Pressburger am Telefon gesagt. Ich brauche ein bisschen, bis ich in der Früh in die Gänge komme. Wissen Sie schon, was Sie zu Mittag vom Chinesen bestellen wollen, fragt sie mich und nimmt ein Stück Papier zur Hand. Ich nicke. Mango-Ente notiert sie sich mit blauem Kugelschreiber, während ich meine Kopfhörer und das Mikrofon aus dem Rucksack hole. Dann schiebt sie den kleinen Zettel zur Seite und legt ihre Hände startbereit auf die dunkle Tischplatte. Bitte stoppen Sie mich, wenn ich etwas erzähle, das Sie nicht brauchen können, sagt sie, damit wir nicht ins Wischiwaschi kommen. Von ihrer Teetasse schaut mir ein rosa Elefant entgegen. Keine Sorge, Sie sind niemand, den man unterbrechen muss, sage ich. Und dass ich ja gekommen sei, um zuzuhören. Ich ziehe mein Handy aus der Hülle, bringe das Flugzeugsymbol zum Leuchten und lasse meinen Blick kurz durchs Wohnzimmer wandern. Ein dunkelbrauner Einbauschrank steht hier, ein Sofa und der Tisch, an dem wir sitzen. Gleich nebenan liegt die Küche, durch die man ins Bad gelangt und zwei Türen weiter muss das Schlafzimmer sein. Seit bald 60 Jahren wohne sie schon in diesem Gemeindebau, sagt Frau Pressburger. Seitdem ihr Mann gestorben ist, lebt sie hier allein. Einfache Speisen kann ich mir nach wie vor selbst zubereiten, erzählt sie. Aber das Einkaufen nimmt mir jede Woche mein Schwiegersohn ab. Nun klappe ich mein Notizbuch auf und schalte das Aufnahmegerät ein. Sie unterbrechen aber bitte das Interview, wenn es Ihnen zu viel wird, sage ich. Frau Pressburger nickt. Ihr Blick ist wach. Natürlich. Da brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich bin ganz eine Direkte. Es gibt Straßen in Wien, die betrete ich nicht. Nie würde ich hinter dem Schloss Schönbrunn von der Altmannsdorfer Straße in die Belkofergasse abbiegen. Nie würde ich durch die Welisstraße zur Donau spazieren. Ich schaffe es nicht. Heute bin ich sowieso zu schlecht zu Fuß dafür. Mein Rückgrat ist verschoben, die Nerven machen im Kreuz einen Bogen und der Knochen drückt schmerzhaft darauf. Um ein Stück zu gehen, brauche ich meinen Rollator oder den Arm meiner Tochter. Und bald muss ich mich wieder setzen. Aber auch früher war ich ganz bewusst nie dort. Seit 70 Jahren meide ich die Orte meiner Kindheit in Wien. Von meinem Mann weiß ich, dass es die Absperrung nicht mehr gibt, durch die wir Kinder in der Welisstraße immer zum Donauufer hinuntergeschlüpft sind. Ich weiß auch, dass am Gläselplatz vor meiner Volksschule schon lange kein Zirkus mehr gastiert, weil die Wiese weg ist und dort jetzt ein Haus steht. Aber ich kann unmöglich bis in unsere Straßen gehen, vor unseren Wohnhäusern stehen und mir denken, ja, da haben wir gelebt mit Mama und Papa. Ein einziges Mal bin ich mit dem Auto durch die Belkofergasse gefahren. Durch die Scheiben habe ich die Fenster unserer Wohnung gesehen. Jener Wohnung, in der wir gelebt haben, bis ich zehn Jahre alt war. Ausgestiegen bin ich nicht. Ich will nicht, dass Erinnerungen auftauchen. Und ich will niemanden begegnen. Unser Familienleben, das war einmal. Schneewittchen geht man nicht suchen. Heute müssen unsere Nachbarn von damals längst gestorben sein. Auch die, die meine Mutter fast umgebracht hätten. Ich kann mich noch genauer erinnern. Meine Mama steht im Innenhof unseres Wohnhauses in der Belkofergasse und hängt die Wäsche auf. Die Hemden vom Papa, die kleinen Söckchen meines Bruders, meine Kleider. Da schleudert aus einem oberen Stockwerk plötzlich jemand eine gusseiserne Pfanne, in ihre Richtung. Zufällig löst sich in diesem Moment ein Wäschestück von der Leine. Meine Mutter bewegt sich, ein Stück zur Seite, fängt es auf, damit es nicht zu Boden fällt und befestigt es mit einer Wäscheklammer. Ganz knapp verfehlt die Pfanne ihren Kopf und landet im Gras, nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. Schneeweiß ist sie im Gesicht, weil sie zurück in die Wohnung kommt und erzählt, was passiert ist. Ein antisemitischer Anschlag im Jahr 1937. Ich weiß nicht, wer von unseren Nachbarn es war und ob meine Eltern es gewusst haben. Ich weiß nur, dass sie beschließen, dass wir umziehen, denn jetzt wird es lebensgefährlich. In diesem Gebäude in Wien-Meidling, in dessen Hof der Pfannenangriff stattfindet, wohnen wir, seit mein um drei Jahre jüngerer Bruder Heinzi auf der Welt ist. Vor unserem Wohnhaus hier im Südwesten der Stadt liegt ein schmaler Vorgarten. Rundherum gibt es eine Grünanlage und drei Häuser weiter ist alles noch unverbaut. Die einzigen, die vorbeikommen, sind die Bracker, Obstverkäufer mit ihren Holzkarren. Und Lavendelfrauen sind unterwegs. Singend ziehen sie die Straße entlang. Man kauft ihn und hängt ihn sich in den Kleiderkasten. Unsere Wohnung liegt im Souterrain und um zur Eingangstür zu kommen, muss man durch den Vorgarten. Dann ums Haus herum und ein paar Stufen hinunter. Wir haben eine große Wohnküche mit einem gemauerten Herd, den wir mit Holz heizen, und einem Ecktisch samt Bank, um den wir bei den Mahlzeiten schweigend sitzen. Denn beim Essen spricht man nicht, sagt der Papa. Durch unsere Küchenfenster schaut man auf die Straße, ich jedoch nicht einmal auf Zehenspitzen, denn sie liegen hoch und wir Kinder sind klein. Im Zimmer nebenan schlafen wir alle zusammen. Heinzi und ich in einem Einzelbett, der Kleine bei den Eltern. Bei meiner Geburt am 11. Juli 1927 lebten meine Eltern noch in einem Kabinett. Nicht einmal einen Herd gab es dort im 20. Bezirk. Meine Mutter kochte auf einem Spirituskocher. Erst als das zweite Kind da war, konnten sie in Meidling unsere Zimmerküche-Wohnung bekommen. Dass antisemitische Anfeindungen unsere Familie wenige Jahre später zum Umziehen zwingen werden, ahnen sie Anfang der 1930er Jahre noch nicht. Der Heinzi heißt eigentlich Heinrich Peter, ist drei Jahre jünger als ich und ein bisschen eine Zehzen. Das schmeckt mir nicht, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Meine Eltern wollten ihn ursprünglich Heinz nennen, aber das gilt im Österreich meiner Kindheit nicht als vollständiger Vorname. Wir witzeln oft, dass er ein verpatztes Mädchen ist. Er ist eher wehleitig, sehr introvertiert und sehr gescheit. Ein ausgesprochenes Talent fürs Zeichnen hat er. Malt wirklich wunderschön, ist eine richtige Naturbegabung. Mit Bleistift und Papier kann er sich stundenlang beschäftigen. Einmal zeichnet er eine Kirche, so fein und exakt, dass man glauben könnte, man habe ein Foto vor sich. Der Pfarrer ist begeistert und hängt das Bild in die Sakristei. Heinzi ist sehr fleißig und lernt mit Begeisterung. Das Spielen mit anderen Buben liegt ihm weniger. Wir sind schon etwas älter, da wartet er nach der Schule manchmal auf mich. Ich drücke ihm meine Schultasche in die Hand, er läuft damit heim und ich gehe für ihn mit dem Buben raufen. Als ich sieben bin und der Heinzi vier, kommt der Kleine auf die Welt. Unser Kind. Denn Heinzi und ich haben ihn uns selber ausgesucht. Bis zuletzt noch erledigt die Mama im Jahr 1934 hochschwanger den Haushalt. Mit der Straßenbahn fährt sie ins Spital, als die Wehen einsetzen und entbindet fast schon auf den Stiegen, so schnell geht es. Kommt mit, ihr dürft euch ein Kind aussuchen, sagt der Arzt, als wir unsere Mutter im Krankenhaus in der Klosterneuburger Straße besuchen. Sie liegt allein in ihrem Bett und wir haben den Neuankömmling noch nicht gesehen. Der Arzt führt Heinzi und mich über den Gang und öffnet leise die Tür zu einem schmalen, länglichen Zimmer. Mehrere Säuglinge sind hier in kleinen Bettchen nebeneinander untergebracht. Der Erste streckt die Ärmchen in die Höhe. Er ist sehr dünn. Heinzi und ich schauen uns an und schüttelt den Kopf. Nein, den wollen wir nicht. Das zweite Kind weint. Nein, das gefällt uns auch nicht. Überhaupt gefällt uns keines, bis wir zum Letzten kommen. Fünf Kilo wiegt es. Und hat da um einen... Und hat da um einen... Feucht, viele Kilo wiegt es. Ok, das steht, wenn wir die Ere atteckern. H Tea her sich été ein und zurück. Also brauche eine Impfung muss. Bis ins Hex in dieserástole�ette. probe auf uns Kynd mit zehn bestimmt ab und mit geimpft hier durch ihn. Ere. Und da nochmal Después timestampus hat ein bisschen macho. Und da Idee ist, was ich convinced bin. Vielen Dank.